Warum meinst du? Oh, da muss keine Angst haben. Ich bin Wania. Ich habe Wania, ich habe Wania. Ich habe Wania, ich habe Wania. Okay! Ich bin egal, ich habe Wania. Ich sage es auch gar nicht. Und das hier ist ein Wuchenquartz. Wuchenquartz. Das ist ein Heimstein. Das ist deine Liebe. Und dieser Stein hat ganz weiche und zarte Energien. Die werden dich heilen. Und ich, das Kniekal, schicke dir nun alle Liebesenergien zu dir. Okay? Das ist ein Heimstein. Das ist ein Heimstein. Das ist ein Heimstein. Das ist ein Heimstein.